Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comment pourrais-je l'oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weg gehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Sie kommen oft hier? Das ist hier, Franz hat mir gefragt, Mama. Sie haben viel zu tun. Das ist Franz. Das ist Franz. Ich weiß nicht mehr. Ich bin froh, dass er noch nicht mit uns ist. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.